hallo und jetzt kommen wir zurück bei let's play the life is strange und the life is strange was auch immer letztes mal wollten wir unseren usb stick holen aber da haben wir festgestellt dass der ausgeliehen wurde von einer mitbewohnerin oder diana oder so ähnlich heißt sie und sie wurde gefangen genommen von ihrer besten freundin weil sie angeblich mit deren freund geschlafen hat ein bisschen durcheinander die geschichte aber der hat gesagt hier sie wurde betrogen und so und sie hat hier in viktorias immer hier sollen beweise soll ich nach beweisen suchen damit ich diesen spindel auffliegen kann und da habe ich jetzt eine e-mail in ihrem pc gefunden und diese e-mail ausgedrückt und jetzt wollen wir mal gucken ob wir damit ihre beste freundin überzeugen können dass sie unschuldig ist so sind wir wieder auf dem raum jetzt das zimmer allerdings abgeschlossen oder wieder zugemacht das war ja teilweise offen naja egal auf jeden fall zeigen wir jetzt mal ihr hier die e-mail wunderbar das hat sie jetzt überzeugt das ist dana alles klar jetzt können wir hier rein alles klar sie scheint im schwimmteam zu sein auf jeden fall sie ihren poster hängen und ihre hose ist auch ein bisschen kaputt vielleicht sollte sich mal eine neue kaufen naja ja auf dem tisch liegt das ist gut hier ist ja alles durcheinander cheerleader outfit kann ich das anziehen nehmen wir hier was liegen nein und ich kann mir noch ein selfie machen nein ah da ist der usb stick aber vielleicht reden wir noch mal kurz mit der vielleicht kann man hier noch irgendwelche sachen erfahren die man später gebraucht hat sagen wir mal sie wird schnell wütend äh sagen wir mal sie wird schnell wütend jaa er ist ein netter junge das ist warren zu dem wir gehen anscheinend ist er dann doch nicht unser bruder vielleicht ein freund aus kindestagen man weiß es nicht anscheinend auch nicht wirklich mein fester freund alles klar nehmen wir uns den usb nehmen alles klar komische gedanken ich bin in ihrem kopf rum was ist das denn ein schwangerschaftstest alles klar das line thank you you're not helpful you're just nosy i think you better go okay nice max you hurt her feelings by being so damn nosy again but i could rewind and make it up to her for you here max so go ich spüre mal lieber die zeit zurück wir haben uns gerade so gut angefreundet weil immer nett zu den leuten sein dann kriegt man informationen die man vielleicht lalala i don't see that pregnancy test lalala ich hab hier nicht gesehen äh buch ent über entbindung alles klar äh krankenhaus notiz na gut dann gehe ich mal lieber mit meinem usb stick solange ich hier noch am leben bleibe diese zeit zurück spüren ist echt praktisch ich habe eine nachricht bin gleich dabei gut usb stick haben war können wir jetzt mit dem usb stick etwas machen oh mama tun es auch eine nachricht naja dein direktor hat mir eine e-mail geschickt jetzt die lügengeschichten über blackwell erzählt dass das war der direktor meint das sei erhebliche anschuldigung und er war sorgt sich wenn ein gesicht alles klar was heißt die lügengeschichten das war doch echt oh ne karte gucken wir mal an vielleicht sehen wir da wo der parkplatz ist der parkplatz scheint da ganz außen links zu sein ich kann jetzt nicht hinzeigen leider aber das scheint sieht aus wie ein parkplatz dann gehen wir mal raus linke maustaste zum betreten des campus so sind die denn jetzt weg der hausmeister hätte das hier mittlerweile ja auch noch ein bisschen und jetzt wie kann ich das verhindern okay so geht das anscheinend nicht vielleicht muss ich mit ihr reden bam das haben wir nur ein fenster kaputt gemacht ich hoffe das war nicht unser fenster ah ich kann den mülleimer ansehen das macht ja sinn fotografieren ich mache mal so viele fotos wie möglich wer weiß wofür die irgendwann nochmal gut sind ach das war bestimmt victorias wir sind keine freunde alles klar nur wolltest du vielleicht nochmal klarstellen weil wir sie aufgemuntert haben naja bewegen wir uns mal etwas schneller wieder zum parkplatz was das hier nochmal ach so wahrscheinlich nur dass das hier das mädchenwohnheim ist so so don't think i'm blind i see everything here at blackwell do you understand what i'm saying no and leave me alone ein foto machen oder eingreifen ich greif mal ein hey why don't you leave her alone excuse us this is official campus business excuse me you shouldn't be yelling at students or bullying hey hey nobody is bullying anybody i'm doing my job no you're not you're part of the problem missy i will remember this conversation das ist klar das scheint ein richtiges arschloch zu sein okay kate ja dieser security man scheint ein ganz schönes arschloch zu sein auf jeden fall denkt er ist der könig und kann hier machen was er will oh da fliegt die drohne die wir in der einfolge gesucht haben parking gut brauchen wir nicht mal selber einlaufen läuft sie von alleine in wunderbar einmal quer über den campus denkt man dieser security mannig wird noch eine große rolle spielen in dieser geschichte hier oder auf jeden fall eine tragende rolle so da hinten da scheint warren zu sein der an seinem auto anlehnt ein hinweis aha ich will den hinweis mir mal ansehen alles klar es scheint so eine burgerboote zu sein oder was auch immer was haben wir denn hier juliette und da hinten ist warren graffitti so was will denn die gute juliette Äh, was ist mit meinem Wettbewerb? Alles klar, lassen wir uns ja erstmal in Ruhe mit Ihren Problemen, schon wieder ein vermissten Flyer, wer ist denn das? Vielleicht müssen wir die ja auch finden, so mit der, nach der Zeit hier, gehen wir erstmal zu Warren. Hey Warren. Ein gebraucht Auto gekauft, naja, hier gehen wir mal den US-Bestick. Schauen Sie meine neue Räume. Cool, sehr altes. 1978, um zu genauer. Jetzt können wir zum Auto gehen. Es gibt eine in Neuburg, nur 60 km leise. Du bist falsch, Warren. Aber dann bin ich auch. Du bist okay? Es war eine gewisse, wierdliche Tag. Ich glaube, ich habe gehört, dass Victoria eine Fischung mit der Schmerzen. Ich würde sie Geld für eine Foto sehen. Okay, ich möchte dich darüber reden, wirklich, Fragezeichen. Äh, nee, haben wir gar nicht geguckt. Ja, hört sie gut an. Nackt und zerfleisch, hört sie immer gut an. Gucken wir uns mal an. Okay. Die Satanweiber von Tidfield, alles klar. Wie kommt's? Was ist das denn? Hm, möchten wir darüber reden, möchten wir nicht, aber komm, wir reden mal darüber. Er ist ja einer unserer besten Freunde, den ich mache. Dr. Warren Graham ist in der Haus. Ich werde dir nicht mehr Meds prescriben. Sag mir alles. Für echt, Warren, das ist zwischen dir und mir, nicht Social Media. Ich habe mich überrascht. Max, gehen wir. Ich hatte diese unglaublich wunderschöne Erfahrung in Mr. Jefferson's class heute. Ich meine, life-changing. Habt ihr immer einen Traum so real, wie ein Film? Max Caulfield, richtig? Einer der Fotografie von Jefferson? Ich bin einer seiner Studenten. Was für immer. Ich weiß, dass du gerne filmst, besonders wenn du in den Räumen gehst. Du bestellst mir, was du dem Prinzip gesagt hast? Jetzt! Antwort mir, Bitch! Hm, ich glaube, das ist besser. Der ist ein bisschen aggro, wenn wir so ein bisschen lügen. Was du hier sprachst? Ich weiß, dass du hier neu bist. Aber nicht so schlafen mit mir. Ich bin nicht neu. Ich habe hier seit Jahren gelebt. Dann solltest du wissen, dass die Prescotts diese Scheiße haben. Dann musst du nicht über mich 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 über mich. Hm, wir kommen runter? Oder sagen wir erstmal, dass er sich beruhigen soll? Take a step back, Nathan Prescott. Oh man! You're telling me what to do? Get away from her, dude! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom! Stop that! Let me go! Max? Chloe? No way! You again! Oh! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses! Out of there now! Don't even try to run! Nobody! 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 Okay, jetzt sind wir da geflüchtet vom Ort. Aber anscheinend kennen wir die Person, die wir von gerettet haben. Nathan Prescott is messed up and dangerous. Alles klar, das ist anscheinend die Chloe, die wir vorhin auf dem Bild gesehen haben. Hoffentlich nichts ist mit mir los. Mal gucken. Hoffentlich nichts ist mit mir los. Mal gucken. Natürlich! Natürlich! Es ist einer der besten Fotografie-Programme im Land. Und mein liebster Lehrer, Mark Jefferson. Also, du kamst zurück in Arcadia für einen Lehrer? Nicht dein bester Freund? Denkst du nicht, ich bin glücklich, dich zu sehen? Nein! Du warst glücklich, fünf Jahre zu warten, ohne einen Telefon oder sogar einen Text. Ich wollte, ich habe ja vorhin darüber nachgedacht, dass ich sie mal anschreibe, also wollte ich es auf jeden Fall machen. Darum zeig ich das jetzt mal. Ich war einfach so traurig, dass ich in Arcadia verliebte. Oh, bitte! Ich bin sicher, dass dein Telefon und Laptop in Zeit geblieben sind. Du bist schuldig. Du warst bei Blackwell für fast einen Monat, ohne mich zu wissen. Null gesagt. Ich wollte nur, dass du erst einmal in den Kopf konzentrieren und nicht so ein klischösser Geek bist. Ich hätte dich total kontaktiert. Ich hoffe, dass du nicht diese schade Begriffe auf Herrn Jefferson benutzt hast. Nimm sie auf Meemans. Ich bin sicher. Oh, man. Oh, man. Are you cereal? Wow. Haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Bird alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Welcome home, Max. Wunderbar. Wunderbar. Wir haben doch unsere alten Freunde doch noch wieder getroffen. Und damit, denke ich mal, eine kleine Geschichte abgeschlossen. Es ist ja sehr windig an diesem Ort. Hier scheint Chloe zu wohnen. 44. Das Haus sieht trotzdem schön. Home, shit, home. Trautes Heim, Glück allein. So, jetzt sind wir hier in ihrem Zimmer oder? Überall immer diese Vögel, diese Zutraulichen und Eichhörnchen. Oh, ein Fernseher auf einer Kabeltrommel. Auf jeden Fall sehr spartanisch eingerichtet hier, dieses Zimmer. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch erstmal die Folge. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Um 15 Uhr geht's dann weiter mit der neuen Folge. Ansonsten, man hört und hört sich. Bis denne. Ciao.